Wir werden erst mal waschen, weil die Lackierer werden ja auch gleich anfangen. Aber die werden wir nicht brauchen, weil wir gehen hier über eine Endstufe dran. Das ist schon heftig. Aber jetzt, ah, dumm nach dem Tritt und Träufiger. Boah, das ist schon geil. Nicht zu viele Falten in der Mitte. Und jetzt erst mal drauf. Unter Matten. Jetzt kann ein bisschen bewegen. Und dazu brauchen wir keinerlei Waffen. Unsere Waffe nennt sich unser Verstand. Was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen. Ich mach euch Kaffee, Kaffee-Profe. Ich auch. Ich finde, das fachst du mir ein paar Stücke. Fünf Uhr haben wir. Fünf Uhr. Sechs Stunden noch. Hörst du hier fest? Der Wagen sieht in der Garage neben einem normal lackierten Fahrzeugen. Richtig geil aus. Ach, jetzt wollen wir gerade mal tiefer legen. Ungefähr. Fünf Uhr. Wir haben den 27. Wir haben nur sechs Stunden. Und ehrlich, ich bin kaputt. Also, ich und Hakanabe, glaube ich, sind die, die am meisten hier ausgehalten haben bis jetzt. Weil ansonsten alle weg. Nur noch Salvo und ich arbeiten hier unter Hakanabe. Aber wir halten. Ich halte durch. Ich halte durch. Der Salvo braucht noch viel für einen. Also, Cem. Ey. Bitte. Also, das sieht so geil aus. So geil aus. Wir haben zehn vor sieben. Und ich weiß nicht, was gerade passiert ist. Ich habe vor zwei Stunden Kaffee getrunken. Das wirkt, glaube ich, gerade erst. Also, ich glaube jetzt, also, es ist ja Endspurt jetzt. Wir haben nicht mehr viel. Wir müssen jetzt durchziehen. Weil, ähm, alles oder nichts jetzt. Ein Uhr ist Schluss. Da haben wir die 24 Stunden erreicht. Ich bin jetzt genau 24 Stunden schon hier. Aber wir haben das Projekt genau ein Uhr gestartet. Und wir sind jetzt eine Seite fast fertig. Ich muss sagen, die Felgen, die gefallen mir jetzt mehr und mehr. So oft ich jetzt, äh, so öfters ich schaue, desto geiler sehen die aus für mich. Erstens das. Und zweitens. Sag mal bitte. Sag mal bitte, wie sieht das aus? Also, schreibt mal bitte in die Kommentare. War Geld geil, geil oder geil? Einfach nur geil. Dann muss Kommentar Porno sein. Ja. Ähm, ja, wir werden jetzt schnell hier einmal, ich habe noch Silikonreiniger gemacht. Und hier, wie gesagt, hier werden wir das Ganze nochmal verlängern. Das heißt, wir werden hier einmal 15er oder 20er Platten reinmachen. Und hier hinten das gleiche. 20er oder sogar 30er Platten. 2, 4, 4, 3, 4. Knochen Job. Knochen Job. Die Strasse hat nicht mehr funktioniert, dann habe ich gedacht, guck mal, Elektrizität. Elektrizität. Ja, geh mal dran. Was ist das für alles? So, ich mache sofort die andere Seite sauber. Ja, ich denke natürlich, es ist jetzt ein bisschen langweilig geworden, aber der Typ hat den ganzen Tag gearbeitet. Der ist auch morgens zur Arbeit gegangen, danach kam er hier hin, den ganzen Tag gearbeitet, er ist die ganze Nacht gearbeitet. Wir sind gerade alle, also minus 100, also minus 1000 sind wir gerade. Also mehr kaputt geht einfach nicht, weil ihr müsst euch vorstellen, bleibt einfach mal 24 Stunden wach. Und jetzt 24 Stunden geschraubt oder gemacht zu haben, das ist viel, viel schlimmer. Und danach immer noch perfekte Arbeit machen, weil er muss sich konzentrieren, der muss warm machen. Das ist klar, der hat keine Energie zum Reden. Normalerweise, Salvo ist einer, der gerne vor der Kamera reden kann. Also der kann ja reden vor der Kamera, aber der kann einfach gerade nicht mehr. Und jetzt holen wir nochmal die Reserven raus. So, ey, passt doch hier. So sehen die alten Rückleuchten aus, die waren auch kaputt überall. Und so sehen die neuen jetzt aus. Tausendmal besser. Boah, wir haben schon fast 8 Uhr, ne? Hier, der Verlierer, der hat sich halbe Stunde jetzt hingelegt, damit der gleich nochmal richtig Vollgas geben kann. Deswegen bin ich am Flüstern hier. Gleich einmal Masse und vom Rückwärtsgang. Das werde ich auch gleich messen, dass wir den Rückwärtsgang gleich haben. Und dass wir das Ganze nochmal, ähm, ja, später anschließen können vorne. Ja. Ich muss gleich das hier auf einmal abmachen. Das Ganze. Kannst du das hier? Ja, ja. Hammer. Ich muss mal sagen, dass ich da wegschneiden muss. Ja, ja. Ja, ja, ja. Jetzt müssen wir mal abmachen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. ich muss das wegschneiden ach diese blech dann ja das hier das kann sein dass das das mit facelift war eigentlich kotflügel habe ich so in erinnerung dann passt das auch so die seite ist komplett fertig da wird jetzt gemacht ich hab ja die scheinwerfer kommen rein die facelift scheinwerfer kommen rein normalerweise habe ich hier diese getrennten aber dann nehmen wir die facelift scheinwerfer in schwarz da muss man halt die seiten halt aufschneiden hier die seite hier muss man aufschneiden weil das ganze aufgeschnitten das habe ich jetzt schnell gemacht warum auch die sturm stellen wieder ab die kommt natürlich wieder drauf wir haben nach 9 bis 13 uhr ist nicht mehr lang also und wie ihr seht haben wir immer noch die komplette innenausstattung noch nicht eingebaut da gehen wir mal zu den lieben andré ausgeschlafen muss man nicht fragen ich bin ich bin konnte zum glück schlafen gegensatz ich hatte glück was machst du mir wenn ich muss aber sagen was aber echten hammer geile lackiert aber also wenn ich jetzt nicht wüsste würde ich sagen wie lag ist gerade auf einen cl 500 warum warum weil wir es können da wird auch bei mercedes lackiert das ist richtig das ist krass du wolltest das unbedingt schwarz haben also er wollte damit alles schwarz ist jetzt das noch ein bisschen fleckig wegen weil es noch ein bisschen trocken muss probieren das haben wir alles doppelt immer vom schlachter habe ich ja alles zweimal mitgebracht damit wir das wenn es wenn es richtig scheiße wird dann tauschen wir das einfach aus und dann muss das so du bist aber das liebe ich kein so edelrost garage natürlich könnt ihr den mal abonnieren unten verlinkt natürlich den ehrenmann ich freue mich freuen würde mich freuen so ich lasse dich mal hier alleine ja aber gut dass das da gemacht hast und nicht auf mein arm geht dankeschön wir haben viertel nach neun wird das nicht eng kann ich ja noch duschen gehen und alles bester man bester man das einmal ganze nacht durchgemacht so los das sieht doch gut aus die können wir noch mal einstellen natürlich das ist der müdeste man der stunde ich bin topfit ich bin topfit also warum schläft ihr eigentlich verstehe ich gar nicht du brauchst keinen schlaf du brauchst keinen schlaf du brauchst topfit guckt in drei richtungen also so wie ich aussehe fühle ich mich auch ja ich finde es so gut aus es ist gelungen aus das ist das ist das ist das ist echt komisch das ist echt komisch also tut mir leid wenn ich irgendwie ein bisschen abwischen zu vorsicht lass 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 achso lass uns mal kurz hier zuschneiden machen so wir haben halb elf zweieinhalb stunden noch das wird das wird eng das wird eng michelle ach michelle sag ich André ich bin gut wir sind uns durcheinander weil michelle fehlt michelle äh verschlafen weil André und Michel bauen den Innenraum so ich muss hier nochmal schnell helfen es wird eng zweieinhalb stunden das wird das wird das wird folieren das meinte ich wenn du das wenn wir das bisschen so lassen das heißt runter hast du diesen radierer äh radierer habe ich nicht aber ich kann das das kann ich weg machen ne dass das noch ein bisschen da ist wenn du folierst dass man genau die Zeichen noch sieht und dann mache ich Backen drauf also jetzt wird es perfekt wäre dann schimmert das drüber alles raus und dann wenn wir das schön kleben markieren und dann genau original drauf und dann kommt das original drauf in schwarz dein Kopf funktioniert wie ein Computer ich war eigentlich faul das Ding abzumachen und dann habe ich das gemacht ja ja ihr seid auch sicher hier was ihr da tut ne der Wahnsinn nein das ist vorne haha los runter krass 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 ne ne sieht auch gut aus hier stimmt alles ja was stimmt alles ja was hier ist ja Tür noch Dach noch und genug Rady Fingst du das so? 1,5 Stunden noch 1,5 1,5 2,5 2,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 1,5 2,5 1,5 2,5 1,5 Untertitelung des ZDF, 2020